Hi Hasi, ich bin fast mit der Schule fertig, aber ich weiß nicht, wie es danach weitergehen soll. Das nervt mich, weil ich das Gefühl habe, alle anderen meiner Klassenkameraden wissen schon ganz genau, wie ihre Zukunft aussehen soll, außer mir. Wie finde ich das passende für mich? Ich kenne auch sehr vielen, denen es so geht, dass sie die Schule gerade fertig gemacht haben oder kurz davor sind, die Schule fertig zu machen und nicht wissen, wie sie weitermachen sollen. Das sind dann die, die studieren, um irgendwas zu studieren und nach dem Semester schon wieder aufhören, weil sie dann entweder was gefunden haben, was sie gerne machen wollen oder lieber was anderes probieren wollen. Das ist auch okay, aber ich kann das Gefühl verstehen, dass manche haben, dass sie glauben, andere wissen schon total konkret, was sie machen wollen und laufen dann den anderen, also laufen einem selbst dann mehr davon, wenn ihr versteht, was ich meine. Es ist halt so, man selbst kommt sich dann so vor, als würde man irgendwie hinten dranhängen und das irgendwie nicht richtig hinkriegen. Und alle anderen wissen das schon und müssen es nur noch machen. Und die starten dann durch ins Leben und sind dann voll der Überflieger und die kriegen alles gut und richtig hin. Und ja, man selbst hängt dann da und weiß nicht mal, was man wirklich arbeiten will oder was man mit seinem Leben und seiner Zukunft anfangen will. Das Ding ist, es wird einem erstens nicht beigebracht. Also irgendwie habe ich das Gefühl, man geht immer so davon aus, so 12 oder 13 Jahre oder manche sind es auch 9 oder 10 Jahre, lernt man das gleiche wie alle anderen. Und so, wenn man dann aus der Schule rauskommt, dann weiß man plötzlich, worin man richtig gut ist. Also man wird gleichgeschaltet mit allen. Sagen wir mal vor 12 Jahre, wird man gleichgeschaltet mit allen. Und dann ist Schnitt und jetzt musst du wissen, wo deine Stärken sind und wo deine Vorlieben sind und wo deine Favoriten sind und was du jetzt mit deinem Leben anfangen willst. Also so, hä, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Also wie soll das zusammenpassen? Mir wird nicht beigebracht, deine Stärken und deine Schwächen zu erkennen, weil du ja sowieso alles gleich machen musst wie alle anderen. Aber wenn du dann aus der Schule kommst, musst du es plötzlich irgendwie wissen. Du musst genau wissen, wie deine Zukunft aussieht und du musst wissen, wie dein Lebensweg ist. Und wenn du einmal in diese Richtung gegangen bist, dann darfst du sie auch nie wieder ändern. Vollkommen logisch! Und deswegen, nein, es ist nicht schlimm, nicht zu wissen, was man mit seinem Leben anfangen will. Und es ist auch komplett verständlich und nachvollziehbar, dass man das nicht weiß. Weil, wie gesagt, es wird dir nicht beigebracht. Es gibt kein Unterrichtsfach, in dem es um Selbstwert geht, um Selbsterkenntnis, um Stärken und Schwächen, um Aufmerksamkeit, um Achtsamkeit, um... Ja, irgendwie um solche Dinge. Um sowas geht es nicht. Es geht darum, dass du lernst, dass die Mitterondrien die Kraftwerke der Tellen sind. Und dass man durch die Wellenlänge des Lichtes zweier Sternen deren Abstand von irgendwas berechnen kann. Das lernst du in der Schule. Du lernst aber nicht, wer du bist. Du lernst nicht, wo deine Stärken und Schwächen sind. Also warum um Himmels Willen solltest du glauben, zu wissen, was du mit deiner Zukunft anfängst? Ich meine, klar, wenn man ein Kind ist oder auch wenn man ein Jugendlicher ist, dann hat man immer so eine Vorstellung, ach, ich möchte mal das und das werden, ich möchte das und das werden. Das wird dann schnell wieder ausgeredet, weil es ist ja unrealistisch. Hä? Zeichner werden ist ja komplett unrealistisch. Also ich kann jeden verstehen, der die Schule fertig macht und nicht weiß, was er mit seinem Leben anfangen will. Ich kann euch aber beruhigen, es ist nicht schlimm, dass du nicht weißt, wenn du aus der Schule rauskommst, dass du nicht weißt, was du danach machen willst. Das ist nicht schlimm. Es ist absolut nicht schlimm. Es ist nachvollziehbar, dass es so ist und es ist nicht schlimm. Was du machen kannst, ist einfach Dinge ausprobieren. Ganz einfach Dinge ausprobieren. Man muss halt echt immer ein bisschen separieren. In dem Sinne, wenn du jetzt zum Beispiel ein Studium anfängst und BAföG beantragst, kriegst du das immer nur für deinen ersten Studiengang. Wenn du damit durchblickst, kriegst du für den zweiten, wenn du was ausprobieren willst, kein BAföG mehr. Wie das bei einer Ausbildung ist, weiß ich nicht, weil ich habe keine Ausbildung gehabt, aber ich denke, da gibt es auch irgendwelche Regularien, die das irgendwie ein bisschen schwieriger machen, wenn du eine Ausbildung anfängst, abbrichst und noch eine zweite anfängst. Das heißt, wenn du sowas Offizielles machst, wird es ein bisschen schwieriger. Was du aber machen kannst, ist zum Beispiel einfach mal arbeiten, selbst wenn es nur körperlich tätige Arbeit ist oder irgendwas in der Richtung. Ich sage jetzt mal so, oder Fließbandarbeit oder Zeitung austragen oder ein Praktikum irgendwo machen oder halt einfach nur mal arbeiten. Weil wenn du arbeitest, also wenn du in der richtigen Welt, nicht in der Schulwelt, in der echten Welt, was machst, lernst du dich viel schneller selbst kennen. Selbst wenn du eine Arbeit machst, von der du nicht weißt, ob sie dir gefällt oder nicht, mach sie einfach mal, weil danach wirst du es wissen. Und das ist halt das Ding. In der Schule lernst du ja weder, was dir gefällt, noch was dir nicht gefällt. Aber in der wahren Welt da draußen lernst du das halt. Du lernst, wo deine Stärken und Schwächen sind, du lernst, was du gut kannst, du lernst, was dir nicht gefällt, worauf du keinen Bock hast. Und dann kannst du halt immer noch sagen, okay, ich habe keinen Bock drauf. Und ich habe zum Beispiel eine, die hat einen Schulabschluss gemacht, 10. Klasse, hat dann ein Praktikum gemacht, ich glaube in der Tüschlerei oder so, hat sie ein Praktikum, keine Ausbildung, ein Praktikum. Hat dann in einem Supermarkt gearbeitet, an der Kasse und so Regale einräumen und so weiter. Ist dann ein halbes Jahr gereist und hat da irgendwie Work and Travel gemacht oder sowas in der Richtung. Und als sie zurückgekommen ist, hat sie angefangen, Zahnmedizin zu studieren. Okay. Und ich gehe mal davon aus, dass sie heute Zahnärztin ist. Aber dieser Weg, den sie gegangen ist, sie ist halt auch aus der Schule rausgekommen und hat keine Ahnung gehabt, was sie machen sollte. Also sie war wirklich komplett ahnungslos. Und sie hat dann einfach irgendwas gemacht, nur um sich selbst kennenzulernen. Und diese Selbstkennenlernen ist halt wahnsinnig wichtig. Es wird ihr halt auch in der Schule nicht beigebracht. Die wird nicht beigebracht, die selbst kennenzulernen. Aber wenn du mal rausgehst in die wirkliche Welt und einfach irgendwas machst, du musst natürlich irgendwas machen. Und damit meine ich nicht zu Hause bei Mama sitzen und den ganzen Tag zocken oder irgendeine Richtung. Sondern wirklich rausgehen und irgendwas machen. Du musst dich selbst kennenlernen und das ist halt super wichtig. Und wenn du weißt, was du willst und was du nicht willst, ist es viel leichter zu entscheiden. Okay, ich gehe jetzt das und das studieren oder ich mache es die und die Ausbildung, um die und die Karriere anzustreben. Dann hast du eine viel bessere Vorstellung, was du mit deiner Zukunft machen kannst. Von daher, mach es lieber so.